heute wenn wir den nächsten gewinner auslosen seid ihr gespannt natürlich wie immer nach dem intro leute ich bin da immer wieder mega gespannt wer der nächste gewinner ist vorher schauen wir uns natürlich ein paar kommentare an ich blende mich mal ganz kurz aus und ihr seht dass ich mache das auch gleich jetzt hier direkt ich habe nichts vorbereitet wo ist es hier suchen wir uns mal random drei kommentare aus die ich mal kurz vorlese herzlichen glückwunsch an den gewinner wieso wurden mir deine videos nicht angezeigt als du die hochgeladen hast wieso keine ahnung klick auf die glocke und mach alle alle nachrichten aktivieren dann werden die auch alle videos angezeigt nächstes es ist so ergenhaft dass du die verlost er so und ich würde mal sagen wir fangen dann direkt jetzt an den nächsten gewinner auszulosen ich hoffe ihr alle seid gespannt 163 kommentare ich guck mal ob das jetzt stimmt 170 ja die unteren kommentare machen wir nicht es geht gleich los 3 2 1 und damit den nächsten gewinner und ich blende mich mal wieder ein melde dich bei mir auf insta oder sonstiges melde dich bei meiner moderatoren du hast gewonnen und sein kommentar lautet einfach nur krass in diesem sinne krasses video krasser gewinner dass mein like und abo da ja 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 ja